Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und heute gibt es eine weitere Folge der Doppelanalyse gemeinsam mit dem Daniel von Investflow. Ihr werdet den Kanal vielleicht schon kennen, ansonsten schaut da gerne mal vorbei. Die Doppelanalyse wird wieder so ablaufen, dass wir zur gleichen Zeit das gleiche Unternehmen analysieren und ihr habt die Chance euch nach meinem Video dann auch noch das Video von Daniel anzusehen und so bekommt ihr einen Eindruck von zwei verschiedenen Blickwinkeln. Wir haben uns da nicht abgesprochen, ich bin auch schon gespannt wie der Daniel das Unternehmen sieht und werde mir natürlich danach auch sein Video noch ansehen. Ja freut mich auf jeden Fall, dass es letztes Mal sehr viel positives Feedback gab bei der Doppelanalyse. Häufig ist es sehr gut angekommen, dass man entweder einfach nur mein Video schauen kann oder wenn man eben Interesse hat, dann auch noch das zweite, aber keine Verpflichtung, wie wenn gleich beide Videos in einem zusammengefasst sind. Darum ist dieses Format sehr gut angekommen, aber auch dieses Mal gilt natürlich wieder auf meinem Kanal gibt es keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf. Jeder muss mit seinem Geld selbst entscheiden, in was er investieren möchte und sollte dies nicht nur aufgrund des Videos tun. Ja und nun geht es auch schon los mit dem Unternehmen Colgate oder Colgate Palmolive und wie immer starten wir mit der Geschichte zum Unternehmen. Ja das Unternehmen Colgate wurde schon vor sehr langer Zeit gegründet und zwar im Jahr 1806 damals noch als Seifenfabrik und einige Jahre später wurde dann auch Palmolive gegründet auch schon im Jahr 1864. Da gab es dann einen Zusammenschluss im Jahr 1926 von Palmolive und Peat die sich zur Palmolive Peat Company zusammen schlossen und später kam dann auch die Fusion eben mit dem Unternehmen Colgate im Jahr 1928 und der Name wurde dann später 1953 zu dem heutigen Namen Colgate Palmolive geändert und ja das Unternehmen hat sich dann sehr stark konzentriert auf das Thema Zahnpaste also Mundhygiene und so weiter und da wurde eben im Jahr 2004 noch ein Schweizer Unternehmen, die GABA Gruppe welche unter anderem Aronal, Elmex und Meridol herstellt übernommen und somit ist man zum klaren Marktführer geworden in diesem Bereich aber darauf werde ich dann später noch eingehen. Ich habe hier auch noch einen Chart eingeblendet von Colgate Palmolive. Wenn wir nur die letzten fünf Jahre betrachten hat sich da eigentlich nicht sehr viel getan, 10% plus in fünf Jahren. Eigentlich ist der Chart nur seitwärts gelaufen. Wenn wir uns dann einen längeren Chart über 20 Jahre ansehen sieht das natürlich schon sehr sehr gut aus aber eben in den letzten fünf Jahren ging es eher nur seitwärts. Jetzt kommen wir mal zu den starken Marken von Colgate Palmolive und da sehen wir schon die größte Sparte ist Oral Care mit 46 Prozent. Also da sieht man da ist starker Fokus auf diesem Bereich vor allem Colgate, Elmex, Meridol aber noch viele weitere Marken sind da auch dabei. Alles rund um das Thema Mundhygiene, Zahnbürsten, Spülungen, Zahnpaste natürlich und das alles was da dazugehört da ist man wie gesagt der klare Marktführer und man legt auch da starken Fokus auf diesem Bereich. Der zweiggrößte Bereich ist Personal Care mit 20 Prozent von den Umsätzen und da gehört eben auch Palmolive dazu, Sanex, Protex und so weiter. Einige Marken wird man sicherlich kennen, andere sind vielleicht nur in den USA und die nächstgrößere Sparte ist dann schon Homecare mit 18 Prozent. Hier zählt zum Beispiel auch Ajax dazu, auch Palmolive hat in diesem Bereich Produkte, Axion kennt man glaube ich bei uns weniger und dann kommen wir noch zum letzten Bereich der vielleicht gar nicht da so gut dazu passt aber Colgate Palmolive ist eben auch stark im Bereich Pet Nutrition tätig mit der Marke Hills und das macht immerhin auch 16 Prozent der Umsätze aus. Somit kann man sagen ja der Bereich Mundhygiene macht fast die Hälfte des Umsatzes aus und die anderen Bereiche sind ungefähr gleich groß. Und jetzt sehen wir uns noch an wie sich die Umsätze regional verteilen und hier sehen wir gleich ja es gibt eine sehr gute Diversifikation was den Umsatz betrifft auf geografische Regionen und hier sehen wir 22 Prozent nur in Nordamerika ist finde ich eigentlich relativ wenig andere Konsumgüterhersteller wie zum Beispiel Procter und Gamble haben da viel höhere Anteile 23 Prozent in Lateinamerika, 16 Prozent Europa, 17 Prozent Asia Pacific, 6 Prozent Afrika und Eurasien und 16 Prozent Hills Pet Nutrition das wird da extra angegeben und somit sieht man es ist sehr sehr gut verteilt der gesamte Umsatz und dann sieht man auch noch wie verteilt sich eigentlich der Umsatz auf Developed Markets und Emerging Markets ja fast ausgeglichen knapp 50 Prozent werden in den Developed Markets Umsätze erzielt also etwas mehr 52 Prozent und 48 Prozent in den Emerging Markets das ist auch schon mal ein gutes Zeichen man ist sehr aktiv in den Emerging Markets da ist man auch stärker wie manche andere US Unternehmen aber man merkt auch in den letzten Jahren ich glaube sogar dass der Emerging Markets Anteil sogar schon mal etwas höher war also da muss man natürlich schon auch schauen dass dieser Bereich auch stark wächst denn hier ist natürlich viel viel mehr Potenzial denn in Indien in China und so weiter da sind viele Menschen die in die Mittelschicht aufsteigen und da ist es sehr wichtig dass sie natürlich die Marken gleich kennen bei uns ist man natürlich mit diesen Marken schon aufgewachsen aber dort ist es umso wichtiger sich hier stark zu positionieren Unilever ist ja auch zum Beispiel mit knapp 60 Prozent der Umsätze schon in den Emerging Markets vertreten ich denke das ist sehr sehr wichtig für die Zukunft ja Kolgata ist der Weltmarktführer im Bereich der Zahnpaste mit einem Marktanteil von 40,5 Prozent das ist natürlich schon sehr beeindruckend da es auch starke Konkurrenz gibt wie Brockton Gamble wie Henkel wie GlaxoSmithKline und viele weitere natürlich gibt es auch viele Eigenmarken von Aldi von Lidl und so weiter also da gibt es schon starke Konkurrenz und darum ist es eben umso wichtiger hier eine starke Marke aufzubauen Kolgata ist auch Weltmarktführer im Bereich der Handzahnbürsten mit einem Marktanteil von 32,1 Prozent auch sehr beeindruckend und was ist die aktuelle Strategie? Ja man will eben Wachstumsbeschleunigung durch verbesserten Markenaufbau das wird vor allem in den Emerging Markets der Fall sein denn in den USA und in Europa ist man ja bereits sehr sehr bekannt Innovationen um Anteile in wachstumsstarken Segmenten zu gewinnen ja natürlich man muss auch bei den Innovationen immer schauen dass man vorne mit dabei ist zum Beispiel hier ist die erste vollständig recycelbare Zahnpastentube abgebildet und ja die wird aus dem Material gemacht wie zum Beispiel die Plastikflaschen und ja da wird natürlich auch geschaut dass man in dem Bereich Umwelt immer aktiv bleibt und das ist ja ein Megatrend auf jeden Fall das Umweltthema und da will man auch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein ja expandieren in neue Märkte habe ich schon angesprochen und natürlich auch das Online-Wachstum maximieren ja der Trend zum Online-Einkauf der ist natürlich klar ersichtlich vor allem durch die aktuelle Krise aber wir haben sich eben da auch genau wenn wir vom Thema Krise reden gedacht das ist mal ein gutes Unternehmen das immer weiterhin Geld verdient auch wenn es mal nicht so gut läuft an der Börse auch in der Finanzkrise ist gut weitergegangen auch in der aktuellen Krise wird weiterhin die Zahnpaste gekauft aber man muss natürlich schauen dass man hier auch online einen starken Auftritt hat und somit nicht Anteile an Amazon oder andere starke Online-Händler verliert ja dann kommen wir zu den Wettbewerbern die es gibt in dem Bereich Zahnpaste und Mundhygiene vor allem also Colgate Palmolive mit einem KGV von 26,7 das ist schon ordentlich für ein sehr bescheidenes Wachstum das können wir uns dann noch ansehen Dividendenrendite 2,32% und die Marken ja Colgate, Aronal, Elmax, Meridol ihr werdet sicherlich einige davon kennen dann habe ich als ersten Wettbewerber hier Unilever ausgesucht ein Unternehmen das ich ja selbst auch im Depot habe ist etwas breiter aufgestellt gibt ja auch viele Nahrungsmittel bei Unilever aber hier sieht man schon das KGV nur bei 21,76% Dividendenrendite deutlich höher bei 3,46% und die Marken ich habe hier mal natürlich die Marken genommen die in diesem Mundhygiene-Segment sind das sind Signal und Mentadent ich denke vor allem Mentadent wird man auch kennen bei uns und dann habe ich noch Henkel ausgesucht das ist die deutsche Alternative die ist nochmal deutlich günstiger mit einem KGV von 15,34% und einer Dividendenrendite von 2,5% hier gehören die Marken Terramed, Denivit dazu man könnte dann natürlich noch einige weitere nennen zum Beispiel Brockton Gamble die vielleicht sogar der größte Konkurrent sind aber ja Unilever und Henkel sind eben Aktien die ich selbst auch im Portfolio habe die ich sehr spannend finde und darum der Vergleich mit den beiden und da muss man schon sagen ja mein Fazit Colgate Palmolive wirkt im Vergleich zum geringen Wachstum relativ teuer bewertet dafür sind aber die Gewinne und Dividenden sehr sehr konstant also wirklich ein Vorzeigeunternehmen ist ja sogar ein Dividendenkönig das gibt es in Europa gar nicht aber in den USA gibt es da einige Dividendenkönig bedeutet wenn es ein Unternehmen geschafft hat seit über 50 Jahren Jahr für Jahr die Dividende zu erhöhen also das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal über viele viele Krisen hinweg immer geschafft hier Gewinne und Dividenden zu steigern und die genauen Zahlen zu Colgate werden wir uns jetzt noch im Aktienfinder ansehen ja ich habe hier Colgate Palmolive gleich mal ausgewählt und was hier gleich auffällt ja hier wird eine Auszeichnung vergeben nämlich die Gewinnrakete darüber werden wir später nochmal genauer sprechen denn das Gewinnwachstum denke ich ist nicht so stark wie es hier angezeigt wird aber mit was das zusammenhängt werde ich euch dann später noch erklären außerdem muss man sagen die Aktie ist sparplanfähig sowohl bei der Consors Bank als auch bei der Comdirect ich weiß viele von euch investieren gerne über Sparpläne und wenn ihr noch kein Depot bei diesen Banken habt und eins eröffnen wollt würde ich mich natürlich freuen wenn ihr das über meinen Link machen würdet und so meinen Kanal ein bisschen unterstützt der aktuelle Kurs steht bei 64,96 Euro das Unternehmen kommt aus den USA ist aber wie wir bereits gesehen haben weltweit tätig und ist dem nicht zyklischen Konsum zugeordnet für Haushalts- und Pflegeprodukte mit einer Marktkapitalisierung von 55,7 Milliarden Euro schon ein sehr sehr großes Unternehmen und die Dividende wird wie für US-Unternehmen typisch viermal im Jahr ausgezahlt bei einer Dividendenrendite von 2,36% einer Ausschüttungsquote auf den Gewinn von 59,4% Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow von 50,6% und jährlichen Dividendensteigerungen von 57% also das ist auf jeden Fall die Stärke von Colgate Palmolive hier wird wirklich Jahr für Jahr die Dividende gesteigert jeder der hier schon 10, 15, 20 Jahre mit dabei ist der wird sehr viel Freude haben mit dem Investment denn die Aktie ist sehr schön gestiegen aber natürlich auch die Dividenden die sind vor allem sehr schön gestiegen und jedes Jahr erhöht worden da kommt dann schon eine sehr schöne Dividendenrendite auf den eigenen Einstiegskurs zustande ja der jährliche Zuwachs der Dividende auf die letzten 10 Jahre liegt bei 5,87% der jährliche Zuwachs der Dividende auf die letzten 5 Jahre nur mehr bei 3,41% und in Zukunft soll es auch bei knapp 3,5% bleiben Stabilität der Dividende aber mit 0,99% natürlich herausragend Stabilität Gewinn auch gut mit 0,90% und jährlicher Zuwachs des Gewinns auf die letzten 10 Jahre 3,39% jährlicher Zuwachs des Gewinns auf 5 Jahre 16% ja und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen das hat natürlich mit einer Sondersituation zu tun wir sehen hier unten dass es da mal eine Abweichung gibt und wenn wir sich das dann genauer ansehen mit den bereinigten Gewinnen dann sehen wir auch dass das eigentlich sehr konstant verläuft dass es sich hier um einen Einmaleffekt handelt also das starke Gewinnwachstum würde ich hier auf keinen Fall überbewerten ja beim Cashflow sieht es ähnlich aus der Umsatz wächst nur noch sehr sehr langsam oder ist teilweise sogar ein bisschen rückläufig gewesen hängt natürlich auch häufig mit Verkäufen zusammen oder Käufen von neuen Unternehmen die integriert werden in das Unternehmen Colgate Palmolive und hier sehen wir eben in der Wachtungsanalyse das sieht eigentlich sehr sehr schön aus seit dem Jahr 1999 die Gewinne und operativen Cashflows sind sehr sehr schön angestiegen von links unten nach rechts oben diesen Sondereffekt lassen wir jetzt mal außen vor das zeige ich euch nachher noch die bereinigten Gewinne und die Dividende das ist hier diese blaue Treppe die steigt auch sehr sehr schön immer relativ konstante Payout Quoten von 50-60% das passt alles sehr sehr gut ich denke hier wird es auch noch viele Dividenden Erhöhungen geben in den nächsten Jahren aber das enorme Wachstum dürfen wir uns von dieser Aktie natürlich nicht erwarten wir sehen hier auch ja das sieht eigentlich sehr sehr langweilig aus die Bruttomarge, operative Marge das ist alles immer sehr sehr gleichmäßig ist aber natürlich auch ein Qualitätsmerkmal wenn es ein Unternehmen schafft über so lange Zeit sehr konstante Margen zu behalten und hier wird es aber sehr sehr spannend wir sehen die Aktienrückkäufe und die Auswirkungen auf den Gewinn und hier sehen wir diese schwarze Linie die hier stark nach unten geht vom Jahr 1999 weg da hatten wir ausstehende Aktien 1,277 Millionen ausstehende Aktien und dann ging es hinunter Jahr für Jahr wurden da stark Aktien zurückgekauft aktuell hat man nur noch 858 Millionen ausstehende Aktien und somit ist natürlich der Anteil für die Aktionäre die schon seit 20 Jahren dabei sind Jahr für Jahr gestiegen somit steigt auch der Gewinn pro Aktie wird häufig kritisiert weil hier künstlich quasi die Bilanz ja verbessert wird aber man muss natürlich sagen es ist für uns Investoren genauso eine Form der Ausschüttung wie die Dividende entweder man schüttet das Geld aus wie bei der Dividende da muss man natürlich auch Steuern bezahlen als Privatanleger und die zweite Möglichkeit ist eben dass das Unternehmen direkt eigene Aktien zurückkauft wie es Colgate Palmolive gemacht hat das wurde häufig fast der gesamte Cashflow verwendet um eben Aktien zurückzukaufen und Dividende zu zahlen und ja ob man das jetzt persönlich haben möchte oder lieber auf Unternehmen mit stärkeren Innovationen setzt das ist mal jedem selbst überlassen aber auf jeden Fall wird einiges zurückgegeben an die Aktionäre wenn natürlich der Kurs recht hoch steht ist das nicht unbedingt zum Vorteil wenn man günstiger einkaufen kann ist das schon ein sehr gutes Mittel mit den Aktienrückkäufen ja dann schauen wir uns die Bewertung noch etwas genauer an hier im Aktienfinder und hier können wir uns das Thema mit dem Gewinn nochmal genauer ansehen der Gewinn ist ja im Jahr 2015 stark eingebrochen das ist aber nur der bilanzierte Gewinn wenn wir hier den bereinigten Gewinn nehmen dann sieht das schon viel viel gleichmäßiger aus und darum würde ich auf jeden Fall zur Bewertung auch den Fair Value bereinigt heranziehen und den Fair Value Dividende und somit sehen wir ja es ist sehr schön hinaufgegangen aber wie wir schon gesehen haben die letzten Jahre stagniert der Aktienkurs ein bisschen und was haben wir hier für faire Werte wir sehen aktuell sind wir doch ein bisschen unter dem fairen Wert Dividende aber deutlich über dem Fair Value bereinigt und ich würde eben hier eher den fairen Wert des bereinigten Gewinns auswählen da sind wir irgendwo so im Bereich um die 60 US Dollar finde ich das Unternehmen sehr sehr attraktiv da wird man dann schon in den Bereich von 3% Dividendenendite kommen aber aktuell mit einer Dividendenendite von 2,3% und einem KGV von über 26% finde ich das Unternehmen nicht wirklich günstig bewertet aber ja jetzt zum Abschluss kommen wir eben noch zu den Dividenden TV Investment Kriterien und dann erfahrt ihr ob Colgate Palmolive für mich aktuell ein Investment ist oder eher nicht ja für alle die neu auf meinem Kanal sind und die Dividenden TV Investment Kriterien noch nicht kennen noch einmal kurz zur Erklärung das sind meine Kriterien um herauszufinden ob ein Investment für mich langfristig interessant sein könnte oder eben nicht und der erste Punkt der für mich sehr relevant ist ist der Burggraben ja den Begriff hat Warren Buffett geprägt ist das Unternehmen gut geschützt vor Konkurrenz und ja da würde ich sagen man hat eine sehr sehr starke Marktposition mit über 40% Marktanteil im Bereich Zahnpaste über 30% bei den Handzahnbürsten also da ist man wirklich sehr gut positioniert sehr starke Marke aufgebaut aber entscheidend wird es natürlich werden in den Emerging Markets wer hat hier die Nase vorne aber da kann man auf jeden Fall einen Punkt vergeben langfristig steigender Gewinn und Umsatz da kann man auch definitiv einen Punkt vergeben langfristig steigende Gewinne auch wenn ein bisschen beschönigt durch Aktienrückkäufe und natürlich muss man auch sagen dass das Gewinnwachstum nicht mehr so stark ist wie bei anderen Unternehmen die zum Beispiel im Technologiebereich oder in anderen Bereichen tätig sind das darf man sich nicht erwarten dass man hier den nächsten 10-Bagger ins Depot kauft ja Dividendenpolitik sieht natürlich dafür sehr sehr schön aus die Rendite mit knapp 2,3% das ist auf jeden Fall in einem guten Bereich Kontinuität ja herausragend 57 Jahre steigende Dividende das ist wirklich ein Qualitätsunternehmen Ausschüttungsquote bei knapp 50% das ist auch ideal und das Wachstum der Dividende ja das ist nicht mehr ganz so stark aber immerhin die Dividende wächst Jahr für Jahr 3-5% da kann man auf jeden Fall noch einen Punkt vergeben ja dann das Thema starke Bilanz die Verschuldung ist nicht bedenklich und die Cashflows sind sehr sehr solide auch in der Krise wie wir sie aktuell erlebt haben da wird natürlich weiterhin eingekauft und auch weiterhin die Zahnpaste gekauft die braucht man immer egal ob die Wirtschaft gerade gut läuft oder nicht so gut darauf wird sicherlich nicht verzichtet und somit bei der starken Bilanz kann man auf jeden Fall einen Punkt vergeben ja und dann natürlich das Thema faire Bewertung also für mich persönlich ist die Bewertung etwas zu hoch leider mit einem KGV von über 26 ist man höher als auch teilweise die Konkurrenten ja Brockton Gamble ist auch häufig sehr hoch bewertet aber Unilever zum Beispiel gibt es doch deutlich günstiger und da würde ich eher zu Unilever greifen was natürlich nicht heißen soll dass Colgate nicht ein tolles Unternehmen ist aber ich kaufe so ein Unternehmen natürlich auch nicht zu jedem Preis mein Fazit ist daher ich halte Colgate Palmolive für haltenswert wenn ich das Unternehmen bereits im Depot hätte über viele Jahre schöne Kursgewinne und schon Dividenden eingesammelt hätte dann würde dieses Unternehmen auf jeden Fall bei mir im Depot bleiben kein Grund zum Verkaufen aktuell aber für mich auch nicht unbedingt ein Grund zum Nachkaufen denn das Unternehmen ist einfach wie schon gesagt recht hoch bewertet da gibt es deutlich stärkeres Wachstum für dieses KGV und ja dafür aber natürlich eine sehr konstante Aktie und da muss man auch sagen ja für wen ist dieses Unternehmen vielleicht interessant da geht es natürlich um Investoren denen geht es nicht um die maximale Rendite sondern das sind zum Beispiel Leute die schon viel Geld verdient haben die vielleicht etwas geerbt haben oder eine Firma verkauft oder ähnliches und sie wollen einfach von den Dividenden leben und diese sollen sehr sehr sicher sein ja dann greift man zu solchen Aktien wie Coca-Cola, wie Unilever, wie Colgate die schon über viele Jahre gezeigt haben dass sie die Dividenden steigern können da sind solche Unternehmen natürlich sehr sehr interessant denn man will keine Dividendenkürzungen da im Depot haben wenn man von den Dividenden heute schon leben will genau für solche Investoren ist sicherlich Colgate auch interessant denn ja auf dem Sparbuch gibt es keine Zinsen bei Staatsanleihen gibt es auch keine Zinsen und darum wird natürlich häufig ein Ersatz dafür gesucht und das sind häufig diese nicht zyklischen Konsumunternehmen und ja für mich eben wie gesagt aktuell kein Kauf aber dennoch ein spannendes Unternehmen das auf die Watchlist kommt im März hätte es schon kurzfristig eine attraktive Kaufchance gegeben aber die hat es eben bei sehr sehr vielen anderen Unternehmen auch gegeben und da habe ich bei anderen Unternehmen zugekauft ja das war es auch jetzt mit dem Video ich hoffe euch hat die Analyse gefallen lasst mir gerne ein Feedback da in den Kommentaren und auch einen Daumen nach oben und natürlich wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt lasst mir auch gerne ein Abo da jetzt könnt ihr dann noch das Video von Daniel anschauen auf dem Kanal Investflow das verlinke ich euch natürlich und ich bin auch schon gespannt zu welchem Fazit der Daniel kommt ja und jetzt macht's gut und wir sehen uns nächste Woche ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag